Hallo Willkommen zurück zu Commander Conqueror Generals Zurück zum Spiel Und Hier werden wir jetzt gerade die Basis ein bisschen von innen vernichten Ach, ihr könnt weiter gerade greifen Und weil die gerade im roten Bereich sind, heißt das nicht, du greifst nicht weiter an So Jetzt werden wir mal hier Mach den Pleit Okay, der Scud-Sturm wurde gebaut, aber die haben nicht gesagt, ach du hast Scud-Sturm gesichtet Ich dachte schon, da kommt jetzt sowas Achtung, Aangriff, Aangriff, Aangriff Na, da war's Ah, verdammt Ich höre, Sir Und die haben ja leider Was bedeutet leider, aber Stromprobleme haben die ja nicht Insofern Ähm, Bob im Lkw Die bräuchten jetzt so, was bräuchten wir jetzt so Immer bereit Was wollen Sie von mir Haben wir jetzt noch einen Oh Gott Alles gut So Nein Hallo, ich will den Heli hier runter Genau Gut Und ich würde sagen, wir bauen Wir haben noch eine Cyber-Caserne irgendwo Haben wir nicht? Okay Dann bauen wir hier eine Cyber-Caserne Wir haben noch einen Säure-Panzer-Spaß und selber sonst bauen Das Gebäude ist fertig Und ja, Cyborg-Trop Acker am Mob So Dann werden wir doch mal hier Beta Beta Beta-Carotin Ja, bringt mir nicht so viel Wüsste ich so ungefähr Ähm, wo schicken wir die Nächsten hin? Die Nächsten Leute Ich würde sagen, hier hin Gucken was da ist Gucken was da ist Einer kann auch gebaut werden Und dann wird es hier langsam knapp Die machen sie wieder so Ahhhhhhhhhh Wie machen sie das so? Ihr nehmt ein Da schießt ihr aber nicht weit genug ehrlich gesagt dafür, um den so zu besiegen Ach hier haben wir auch noch einen Gut dann kommt du mal hier mitte Zu den Waffen, haben wir das schon erforscht? Nein zu den Waffen Oh So jetzt müssen sie sich mal wieder frischen Ich brauche eine kleine Erfrischungskur Und jetzt wieder mal hier hin, zack Okay Ein paar Tom auch spawn Kannst du eigentlich unsichtbare Einheiten sehen hier? Wer greift denn hier unsere Barge an, bitteschön Ich brauche doch nur einen Spreng-Akw So Äh, zu den Waffen haben wir gemacht Kannst du Hm Hm Wir sind die Besten, wir wollen hier keinen Ärger Nehmen neue Position ein Ja das wird ja eh gleich gebaut wieder Jetzt wolltet ihr zu mir kommen, hier hinten oder was? Ich bin hier einfach so krass stark Ich bin hier einfach so krass stark Weil die regenerieren sich so schnell wieder Wart mal bis der kurz eins mehr hat Oh Einheit verloren Okay Aber meine Truppanzahl habe ich immer noch nicht verloren Super Einheit verloren So So Wollen wir die Tomahawk Da unten Kommt zur Abteilung bereit Nehmen Guter Schuss Kompftrohle wurde gebaut Yeah Spreng-Akw wird auch gebaut Scud-Sturm bereit Scud-Sturm wird eingeleitet Warnung Scud-Sturm abgefeuert Warnung Scud-Sturm abgefeuert Hohexplosive Bombe Sprenger Mann, das sind überall Spreng-Fahrzeug Wir sind zum sunderen geladen Lieferung ist unterwegs Das Paket ist unterwegs Sind im Zeitplan So Wir haben leider kein gegnerisches Fahrzeug Deswegen können wir uns nicht tarn dementsprechend Normalerweise kann man sich mit den Dingern ertarren so ein bisschen durchlautschen obwohl das ist die einzige große schwäche bei den da sind welche wo sehr angeknappt hier schießt immer drauf los wir leben immer noch kein problem für den mob so jetzt muss man schauen wie lang riesen mehrere sprengfässer also ich glaube ich kann die drohne bauen sonst die drohnen können das doch sehen wir jetzt weiter ich muss ja irgendwo ein zweiter sein so ihr seid bereit wir gehen hier oben hin einheit verloren so ok so weg hier und so schon mal gut ok alles haben wir super ob wir noch welche sind hier unten ist noch ein bunker hier können wieder sprengfässer sein wie die kenne und anlauf die jubeln schon mal könnt ihr euch gegenseitig schießen so verloren gebäude 6 sogar wow ein desertierter chinesischer general hat sich mit seinen männern in den unterirdischen stollen einer gebirgsfestung der gba verschanzt die zeit drängt wir müssen angreifen sofort ok komm schon die spiegel die spiegel und die spiegel so Roger, D-Verzwangt. Ziehen Sie sich zurück. Over. Und jetzt achtet mal, wo die Partie-Kirche an oder steht. Oh, oh, jetzt sind Sie zufrieden. Auf die Karte. Auf die Waffe. Genau. Irgendwo hier, wo es nicht mehr existiert. Die GBA-Festung ist von einem ausgedehnten Gangsystem umgeben. Im Zielgebiet patrouillieren unzählige feindliche Spähtrupps. Über Ihre Kommandozentrale können Sie eine Benzinbombe anfordern. Setzen Sie diese gegen größere Feindverbände oder Gebäude ein. Ist okay. Machen wir. So, dann werden wir ein bisschen Vorkriegskehrungen reinrichten lassen hier mal. Haben wir da schon der Pad zur Verfügung? Ja, haben wir. Die Abrufzone. Gut. Gut, du gehst schon mal hier runter. Nein, hier runter. Los. Und du gehst auch mit hier runter. Meistens kommt der Gegner hier aus den Bereichen hier oben und unten. General, wir sollten uns die zusätzlichen Rohstoffe im Sübieter upgrade aktivieren. Endlich fertig. So. Es kann losgehen. Okay. So, jetzt ist geöst. Was gibt's zu tun? Guter Untergrund. Den werden wir mal langsam hier anbauen. Was liegt an? Wie viel haben wir hier? F... 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 45.000. Ah es geht. Hallo, hier haben wir. Hier haben wir auch ungefähr so viel gehabt. Gut. Wir bauen noch ein Xinhong. Und das sind Amerikaner. Xinhong. Na klar. Jetzt wüsste ich nicht wie die Dinger heißen. So. Wir brauchen ein paar Ressourcen. Dann bin ich mal gespannt, wo fahren die hin. Was gibt's zu tun? Ich gehe hier nach oben. Es kann losgehen. Brauche ich sonst hier ein Strategiezentrum hin? Was brauchen wir denn? Ein Flugfeld wird noch benötigt. Ach jo. Alles klar. Es wird schon. Okay. Was wird's noch? Das wird's noch. Ups. So. Wie haben die denn? Weniger als wir. Interessant. So. Auf Einen Einsatz. Nehmen neue Positionen. Es kann losgehen. Dann. Du brauchst noch einen hier unten hin. Komm, du brauchst noch einen hier unten hin. Eine Patriot-Stellung. Also jetzt das Gewiss. Okay, und ihr geht hier oben lang. Okay, dann fangen wir mal an. Abwehr, ja. Strategiezentrum. Du, ebenso. Strategiezentrum. Sonst noch was? Achso, man kann nur eins bauen. Wusste ich gar nicht mehr. So, jetzt das Gerüst. Ach, grüne Neule. Und zwar, wenn wir hier mal... ...fernziehen lassen. Spaß ist jetzt angekommen im Kampf. Ist das alles? Einsatz mit Zeitzungen. Ich hab was für euch. Einsatz mit Zeitzungen oder auch Zeit. So. Wo geht's hin? Wie ist das alles? Hm, wie sie wünscht. Wie sie wünscht. Einheit verloren. Oh Gott, der braucht immer ganz schön lange die Zeit schon, ne? Und hau ab. Oh Gott. Okay, der Kommandos. Ja, ja. Ist gleich zerstört. So. Wir können... Wir können... ... ich lege das Fundament. Ich lege das Fundament. Du baust hier nochmal Strategiezentrum. Alles klar. Und hier unten Patriot. So, jetzt das Gerüst. Und dann brauchen wir noch Abwerf zu... ... äh, Abwerft schon. Wollen die jetzt lang? Wollen die jetzt lang? Oder rollen oder was? Das passiert, wenn wir noch keine Kampfschiene noch haben. Cyberkaserne. Da kann ich nichts bei uns hören. Das wird schon. Jawohl, Sir. Mann, 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 Mann. Und die sind's hier hoch? Eigentlich schon, oder? Endlich wieder vor. Es kann losgehen. Okay. Ja, ich war an meiner eigenen Straße. Weitere Arbeit. Gleich mal Strom bauen. Leg grad bauen wir den hier unten auch nochmal Strom. Kann ich schauen, will ich behaupten. Ähm. Voila. Fertig. Guter Untergrund. Und gleich nochmal... ... Panese Zellen dafür. So, du kannst hier unten mal eine Posten bauen. Es kann losgehen. Äh. Brauchen wir eine Morgung. Wollen wir mal. Teilzeit bereit. Ich baue überall. Ich gehe an der Arbeit. Okay, damit wir mal ein paar Ressourcen bekommen hier. Kann ja nicht sein sonst. Upgrade aktiviert. Und Brennstäbe. Es kann losgehen. Den können wir gleich wieder bauen. Baule mit ein. Ist klar. Schwächen Scouts. Was sind Scouts? Kundschaft oder was? Ja, weil der entdeckt wird. So. Wollen wir mal noch rein. Upgrade aktiviert. Okay. So. So. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ist das alles? Okay. Ich weiß aber bestimmt alle platt machen wir. So. Gleich nochmal kurz heilen. Was gibt's zu tun? Ich gehe an der Arbeit. Ja, Professionen kann ich hier nicht bauen. Verdammt. So. Hier unten. Auch noch Menschen. Muss etwas repariert werden? Oder unter. Nö. Muss nicht. Kann. Es kann losgehen. Leider arbeiten. Upgrade aktiviert. So. Wie lange brauchen wir denn dafür? Sechs Minuten. Wow. Nicht gedacht. Gucken wir mal kurz nach. Beim Hauptquartier. Wie sieht's denn aus mit den einzelnen Sachen? Hier. Okay. Mich ist zwar einer besetzt, aber dass das jetzt nicht schlimm ist. Unsere Basis wird angegriffen. Ah. Guck mal einer an. Emperor Panzer. Woher kommt die denn? Wow. Fertig. Laufen kann ich keinen nehmen. Aber die Panzer von uns zerstört und ist es auch schön. Upgrade aktiviert. So. Die Upgrades haben wir jetzt hier. Was ist denn das hier? Zwei Commandments haben sie dran. Ich wollte doch... Was hab ich denn hier vermisst gebaut? Und natürlich eine Waffenfabrik haben. So, jetzt das Gerüst. Sie müssen ziehen! Einheit verloren. Einheit verloren. Wo denn? Hm. Keine Ahnung, wo wir schon wieder Einheiten verloren haben. Wird hier irgendjemand wieder angegriffen? Ach so. Das sind diese Nachschubflugzeuge. Wir brauchen Strom. Ist ja auch irgendwie klar. So. So. So würde ich sagen. Noch mehr Strom. Wollen wir hier unten hin. Und wir haben doch bestimmt noch einen oder genau hier. Aber dicke Kanone. Genau in der Mitte. So. 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 Du gehst weg. Und du baust. Okay. Du baust hier nach. Die gehen dauernd nach oben. Sollen sie machen. Okay. Wo haben wir den anderen noch? Hier oben. Upgrade aktiviert. Einheit verloren. So. 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 Nochmal. Die gehen wir hier hin. Und hier werde ich mal dafür sorgen. So. 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 Poliert und geschmiert. Nee, nee, nee. Für unser Land. Für die Freiheit. Ach, nix. Woher haben die denn die nix jetzt? Nee, da ist nix. Obwohl. Sucks. Ach, wurde zerstört. So. Machen wir ein noch mal, das und ein das hier. Und dann machen wir auf jeden Fall das hier. Okay, Hauptquartier. Einheit verloren. Hauptquartier. So. Da haben wir sie. Interessant. Ist okay. Ist okay. So, wer hat noch keinen Drohnen, der hier. Dann restbaut Drohne, bitte. Und Partikel kann nur noch aber auch bald wäre ich. Langstreckenraketen. Langstreckenraketen. Schwerer Panzer, alles klar. Warte auf Ordnung. So, erstmal hier hin. Tomahawk-Systeme online. Natürlich baut ihr solche Drohne hin. Weil ich gleich mal da tut bleibe. Okay. Hier haben wir jetzt gar keinen mehr drin. Komisch. Einheit verloren. Hier bin ich. Wo geht's denn? Schon unterwegs. Ganz unerfettend. Das war ja noch ein Ort. Hm. Ganz unerfettend. Okay, Jungs, gehen wir. Einheit verloren. Die Basis wird angegriffen. Ganz unerfettend. Ganz unerfettend. Ganz unerfettend. Ganz unerfettend. Werden wir bedroht? Okay. Ich bin perfekt. Okay. Wie gesagt. Okay, hier hin. Wo ist es so hin? Einheit verloren. Die Basis wird angegriffen. Los, los. Wielst du, da ist doch einer drin oder was? Einheit verloren. Ganz unerfettend. Da haben wir jetzt überhaupt keine. Doch hier haben wir nochmal eine normale Drohne. Ich dachte, jetzt haben wir gar keine richtige Drohne mehr. Na gut. Weiter geht's. Oh Gott. So, jetzt können wir hier nochmal Strom bohren. Der hat sich getaunt. Ich sehe überhaupt die Unerfettend. So, okay. Achtung. Einfach mal reinfahren. Nein, zurück hier. Zurück, 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 zurück. Zurück, zurück. Gott. Ey, nervig. So. Ja. So, jetzt gehst du mal mit hier rein. Hm, kann gut sein, dass ich eine Einheit verloren habe. Interessiert mich jetzt aber gar nicht. So. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Danke. Einheit verloren. Gut, dann machen wir das so. Angriff. 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 Komm schon. Greif doch den an. Gut, hier ist hier noch mal kurz angreifen. Sehr schön. Werden wir bedroht? Wie lange brauchen wir Hilfe noch? Vier Minuten dauert es insgesamt. Leute, ich würde sagen, wir machen hier eine Pause. Sehen wir es beim nächsten Mal wieder. Bis dann. daresault. Ungef Janeiro. T Pre bonus. Dann machen wir das so lange. Gut. Also geht es um die Verún ich Ihnen choses.